ok da sind wir wieder zum vierten part von five nights at pretty es ist jetzt wieder schon an welchen her seitdem ich aufgenommen habe ich bin jetzt nicht ganz so sicher wie lange jedenfalls ich hoffe ich komme schnell wieder rein und das wird nicht der vierte und fünfte part wird jetzt gar nicht besonders schwer und ja was ist das klopfen hallo ich habe gerade ein bisschen panik wo ist bonnie das bonnie und jetzt ist chica weg oder sie ist in der küche oder freddy ist glaube ich in a i don't know und freddy lacht nicht aus wenn es nicht bald drei uhr drei uhr wird wird gibt es probleme glaube ich also ich muss was was das ist schön danke nein ich habe den knopf nicht erwischt am besten wenn ich sehe dass foxy weg sollte ich erst die tür zu machen und dann gucken ob er losrennt das wäre glaube ich schlauer guckte ich überhaupt jemand noch das let's play an es ist so langweilig ich weiß nicht worüber ich reden soll ich bin außerdem so nervös na 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 arte na 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 Geh weg. Geh weg, Bonny. Hier gibt's nichts zu gucken. Geh weg, Bonny. Mein Akku. Ah, wenigstens 3 Uhr bevor. Ach, Bonny. Danke. Oh, nein, nein. Ah. Ich bin noch nicht gut in sowas. Zweite Mal. What does the fuck say? Nein, nein. Da räumt schon je wieder jemand die Küche auf. Chica, wie's aussieht. Wer lacht mich aus? Ah. Chica, das ist weder der richtige Zeitpunkt noch der richtige Ort. Lass uns das später um 6 Uhr klären. Ich schaff das nicht. Ich glaub, ich schaff das nicht. Jetzt schaff ich's erst recht nicht. Danke, Bonny. Äh, Chica, meinte ich. Okay, jetzt kann ich alles, was ich machen kann, ist jetzt abwarten und hoffen, dass ich's schaffe, weil jetzt kann ich eh nichts mehr machen. Ich werd' gar nicht sowieso verliebt. Und was habt ihr heute früh um 5 Uhr noch so vor? Okay. Okay, alle wieder beruhigen und diesmal schaffen wir's. Hoffe ich. Du-du-du-du. Du-du-du. Sind das Spinnenwege? Äh, macht man hier nie sauber? Was sind das normal? Das sind, glaub ich, Geister von Kindern, die in diese Kostüme gesteckt wurden. Ich streng mich auch schon echt an, Leute. Da, aber ihr müsst euch... Ah! 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 Ich bin auch zu doof! So! Ah! Äh! So! Und weiter geht's! Ist jetzt ein Tag her, seitdem ich gespielt hab, weil ich gestern nicht mehr weitermachen wollte. Und mal sehen, ob ich es jetzt schaffe. Oh, ich will die Teile schnell alle durchspielen, weil ich den neuen Teil spielen will, weil... Weil ich... Boah, ich hab mir ein bisschen so Bilder und so Screenshots und so davon angeguckt. Und es war so toll! Das ist so cool, das neue Spiel. Aber bestimmt auch voll schwer. Aber ich will spielen! Aber ich will jetzt nicht spielen, bevor ich nicht alle anderen gespielt hab. Ah, na... Oh, ich hab einen Ohrwurm. Komm schon. oh mein gott surprise ich glaube so heftig habe ich mich noch nicht mehr veröffnet sind freddy's erschreckt oh mein gott hat ihr das gehört was war das für ein schrei also für mich wäre das hier als kind nichts gewesen weil ich kann halt überhaupt nichts von ich halte überhaupt nichts von okay das sind ja keine leute im kostüm ich habe als kind und jetzt noch nie was von leuten in kostümen gehalten weil ich weiß nicht man weiß nicht wer da drunter ist und so und ich weiß ich habe noch nie irgendwie sowas gesehen das ist solche roboter warum bin ich heute morgen so schreckhaft ich habe noch nie irgendwie sowas gesehen dass da so das ist sowas hier in deutschland gibt mit solchen roboter leuten in roboter viechern auf bühnen und sowas alles ein film oder bei krimpuss wohl habe ich das nur gesehen amerika in deutschland gibt sowas nicht glaube ich ja wenn ihr es wisst gibt es sowas in deutschland nein komm schon wer drei uhr bitte bitte wieso bin ich so schlecht ist es okay wenn ich so lange pausen mache chica ist diesmal ziemlich nah dran aber foxy und bonnie halten sich zurück wie es scheint wo jetzt habe ich seitdem freddy hier war so plötzlich habe ich jetzt irgendwie mega schiss ich schwöre ich streng mich an in in ich habe mir leid dass ich so still bin ich versuche mich zu konzentrieren okay ich kann eigentlich jetzt schon schluss machen weil die prozentscheid zu weit unten ich bin gerade mal bei einem und schon 50 prozent weg das ist sowieso besser weil ich sowieso meine aufnahme jetzt stoppen muss weil mein pc ist ich weiß auch nicht was zurzeit mit dem los ist der nimmt nicht mehr richtig auf also ich darf nicht mehr zu lange aufnehmen deswegen mache ich erst hier erstmal cut und wir sehen uns schnell sowieso alles in ein paar zusammen also ich 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.